So, Hallöchen, da ist ein Zombie und wir müssen direkt, äh, wieder holen. Scheiße! Scheiße, wann darf ich schießen? Warte, warte. Doch, doch, ich schieße. Boah, was? Der glitscht mich hier runter, der Zombie, der Penner. Im Ernst? Lauf hoch. Du stehst. Gib. Jetzt ist der Zombie weg. Okay, ich hasse Zombies. Alter, ey, Freunde. Erstmal Hi bei DayZ. Hallöchen zusammen. Äh, boah, ey, wir erleben gerade so eine... Dann, äh, dann runter. Oh, das ist immer noch da, das weißt du, ne? Ja, ist mir doch scheißegal, ich erschieße ihn von mir. Oh, scheiße, ey. Oh, Freunde, ey, das war jetzt wieder Herzinfarkt. Ja, hab ihn. Ich hab ihn. So, okay. Auf geht's. Mein Gott, ey, wir mussten die Folge neu starten, weil der Max irgendwie... ...probleme hatte. Ja. Tut mir leid. Und, äh, okay. Sorry. Ich hab ihm nach. Okay. Ich hab ein Zombie. Egal, wir laufen weiter. Egal, ich bin mit ihm. Okay, wohin? Hierhin. Okay, das war jetzt einfach so ein kleiner fliegender Start, weil wir gerade mega im Stress waren, auch. Jetzt wegen dem... Da kommt uns wieder ein Zombie. Kack-Zombie. Weißt du, was ich schnappe? Ich schnappe das jetzt. Außerdem hat Sven uns gerade allen ein Herzinfarkt eingehört. Nein, ich mach den, ich mach den. Zack. Hab ich den? Nein. Alter! Hä? Dann schieß den. Der rennt von mir vorbei. Was? Bei mir auch. Und was ist da hinten? Der, der, der schleicht. Ja. Hä? Den ignoriert es nicht, dass ich auf ihn schieße. Ähm, Alter, was ist denn hier los, Alter? Der Server-Leggy wieder? Eigentlich nicht, ist ja kein Symbol. Was? Woah. Woah. Geschossen. Wo? Geschossen? Wo? Ja, nein. Wer hat gerade eben geschossen? Wer hat gerade eben geschossen? Ja, ich mit der Magnum. Okay. Hä? Hä? Da ist ja gerade gerade ein Zombie. Da leckt ein Zombie in der Mauer drin. Ne, Quatsch. Ich sehe euch gerade wieder mal nicht. Das ist kein Zombie, das war... Ich wurde zurückgesetzt. Ben, du wirst gerade in die Mauer gebackt. Ben, du wirst gerade in die Mauer gebackt. Echt? Das ist der... Hä? Das ist der Server gerade. Uah, Scheiße. Ich stehe hier draußen jetzt. Ja, ich bin mal Sven. Wir nehmen dir Sven, ne? Ja, ja, ja. Renn mal einfach panisch vor einem Zombie weg. Ja, wo bist du denn jetzt, Nino? Fuck. Da vorne, da vorne. Da, hier. Ich bringe euch mal Sven. Alter Schwede. Ich nehme den Linken, Max. Ich nehme den Linken. Ach, sind das mehrere? Die zwei. Bitte. Einen hab ich. Einen hab ich. Hast du den? Ja, du hast ihn nicht. Ich hab doch gesagt... Hä, den hab ich geholt. Ich hab den Linken. Ich hab gesagt, ich hol den Linken. So. Hä? Kollege, Schmalfuß. Ja, hier. Ich weiß, hab du den Hintern genommen. Ja, das war der Linke. So. Das seh ich von der Position. Also wir verrecken irgendwann an Zombies. Das seh ich. Oh, das glaub ich auch, ey. Ich glaube, Zombies machen uns mehr Spaß als irgendwelche Spieler, die wir noch gar nicht getroffen haben. Wir können sich die ganze Zeit so lange aufhalten. Das können wir auch nicht. So. Komm. Weiter hier lang. Wo wollt ihr hin zur Hölle? Was denn? Wir sind doch hier... Oh nein. Magst du schon wieder jetzt... Jetzt? Ja, ja. Ich hab euch hier. Es ist gut. Oh Mann, ey. Gerade mal 2.30 aufgenommen. Ganz schneller fliegender Start hier. Achtung, jetzt dürfen wir aufpassen. Direkt schon... Alter Schwede. Hier wird so Feuerwehrstation, oder? Na, mal gucken. Erstmal. Bei was habt ihr vor? Bei mir rennst du mich offen. Ja, ich weiß. Ja. Und ich muss wieder nachladen. 2 Schuss, dann ist bei mir eh alles. Okay, aber du hast noch Sichtkontakt, Nina? Ja, ja. Ich seh euch. Alles klar, das ist gut. Vorne. Zum Zombie. Alter, leckt das gerade bei mir. Nicht nur bei dir, das ist der Server. Rechts? Ach so. Wir gehen erstmal in den Bahnhof hier rein. Gute Idee. Hörst du? Canvas Bands Shorts. Okay. Ja, ja. Hier scheint nichts weiter zu sein, ne? Dann lade ich kurz nach. Oh, ich höre einen Zombie. Ich höre einen Zombie. Oh, ey. Ich könnte ausrasten, Alter. Eigentlich mal an die DayZ-Macher. Bitte entweder ändert diese KIs von den Zombies, dass die mal nicht durch die ganzen Scheiße... Noch eins! Noch eins! Ich werd gehütet, ich seh nichts. Ihr müsst mir helfen, ich seh nichts. Zombie tot. Okay. Seh nichts, ihr müsst mir helfen. Ja, hier ist... Ja, wie denn? Du läufst hier irgendwie rum. Wir brauchen dir gar nicht helfen. Es ist gerade Ruhe. Bewegt euch mal bitte. Ja, okay, ich bewege mich. Ja, super, ich seh wieder nichts, Alter. Hin und her, hin und her. What? Wow. Yes. Yes. Also ich glaub, die Performance packt ja einfach mega ab in. Ja. Ja, das merkt man so ein bisschen, ne? Ja. Oh Mann, ey. Bleib gerade nach. Einmal durchatmen, Alter. Okay. Weiter geht's. Hier hinten rum, bitte. Verdammter Mist. Das ist too heavy, ey. Das macht mein Herz irgendwann... Ach guck mal, hier liegt noch eine Cola. Ja, du mit deinem scheiß Herzinfarkt, Alter. Dann bleibst du jetzt nicht wegen dieser scheiß Cola-Dose stehen. Ja, doch, doch, doch. Das ist doch wichtig. Wir brauchen Essen und Trinken. Ja, aber das ist mitten auf der Flache. Ich hör'n Zombie. Das ist scheiße. Wir laufen erstmal in das nächste Haus jetzt. Hast du schon bestimmt das Ziel. Nein, folg mir einfach erstmal. Und bleib nicht wegen der Cola-Dose stehen. Nein. Ist alles gut. Ich hab's mir gemerkt. Ja, ich merk schon, die Performance ist hier nicht so der Hitze. Also das ist ganz schlimm. Ich hab' hier also... Ja. Ich hab' hier also... Ihr seid jetzt einfach durch die Wand geklitscht und wart' weg und... Im Ernst? Ich hab' zwei Zombies am Arsch und... Jetzt hab' ich ein Trinkgeräusch gehört. Ja, egal. Wo seid ihr? Hä? Bin jetzt schon... Das war ich. Okay. Weil ich von Zombies verfolgt werde und... Ja, dann direkt in die Strasse rechts rein, Nina. Nina? Genau, geh schon mal rein. Dann kann ich Nina zeigen, wo sie rein muss. Boah, Alter, das sag ich bei mir gar nicht. Ne, okay. Ach, du hast drei Zombies am Arsch. Viel! Ja, ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal richtig rennen, weil's bei mir grad so spackt. Alter. Boah, werd' geschossen. Ich schieße jetzt. Ja. Ich schieße jetzt. Ja. Alter, ich glaube... Auch wenn's mega bescheuert ist... Aber... Wir müssen... So. Aus Elektro raus, glaub' ich. Ja. Ja. Ich hab' auch... Wie heißt die Zahl im Eck oben? Im Eck? Keine Ahnung. Ich hatte da grad wieder... Ja, ich hab' noch 100. Das ist, äh... Das ist, äh... Das ist aber nicht... Äh... Scheiße. Scheiße. Das ist aber, äh... Das ist aber die Weite. Nein, nein, nein. Diese... Wie heißt das, äh... Flames oder... Da oben rechts? Ja, Frames. Ja, das hab' ich grad bloß 10 von. Das sind... Das sind... Das sind... Das können aber nicht die Frames sein. Doch. Echt? Über dieses Overwolf. Nein. Achso, ja, okay. Achso, ah, Overwolf. Okay, das hab' ich jetzt nicht. Okay, seid ihr alle im Haus? Ähm... Ich bin... Ja, ich hab grad'n... Ähm... Ich steh' in irgendeinem Haus, weil ich nicht mehr viel seh'. Hä, du hast was Sven gesehen? Ja, jetzt... Ah, da bist du doch Nina, da bist du doch. Ah, okay. Ich bin ganz oben. Nicht, äh, erschrecken. Hä, du bist ganz oben? Da war' ich doch gerade. Ist das irgendwie dumm? Ich bin gerade hochgegangen. Ach, der ganz oben, okay. Ja. Na gut, dann komm Sven. Warum hast du die ganzen 20 nicht erschossen? Was? Warum hast du die ganzen 20 nicht erschossen? Ich hab' alle 5 erschossen. Die rennen noch mehr rum. Alle 5, die hinter Nina waren. Das war ja zu heftig, ey. Ja, ich sag' euch, weißt doch auch gar nicht, wo die herkommen. Einmal waren die da, ey. Alter. Da ist eine. Es sind noch zwei. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Nein, nein, nein. Wo seid ihr? Verdammt, ich bin direkt hinter dir, Nina. Okay. Max ist auch da. Jetzt sind wir hier wieder in so einem Haus drin, ey. Ah, ich krieg's den Kotzen. Bei dem nach. So, okay. Boah, verdammt, ey. Ich bin jetzt einfach mal hinten, weil... Weiter. Ja, weiter geht's, komm, alle raus. Alle raus, alles klar. Oh, du hast wieder ein Zombie hinter dir, Achtung. Wo ist ein Zombie? Wo ist ein Zombie? Oh, da hinter Max, glaub ich, ja. Genau. Ja. Habe ich. Pass auf, hier sind Leute. Hä? Habe ich den nicht? Ey, jetzt blute ich. Das ist doch einfach so Scheißdreck hier, Mann. Jetzt ist er weg. So, alles gut, alles gut, alles gut. So, wir müssen hier raus, Leute. Ja, bitte. Ja, ich muss mich eben erst verbinden. Ich bin in das Haus wieder reingerannt. Ihnen das gleiche? Ja. Ja, okay. Noch ein Zombie. Ja, warte, wir knallen mal weiter Zombies ab und... Ja, mach das. Aua, ich wurde getrunken. Oh, ich blute. Oh, ich blute. Ja, dann auch rein. Geht weg von euch. Kann ich schießen, wenn ihr umschrumpft? Renn. Okay, ich komm rein. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Oh, nein. Was? Dann komm rein, Nina, komm rein. Warte, ich muss Waffe wechseln. Nein, Nina, komm rein. Ja, mein Charakter rennt, ohne dass ich was mache. Verdammt, verdammte Scheiße. Oh, ist das denn ein Zombie? Nein! Ich hab ihn erwischt. Fährt auf zu schießen noch. Ja, okay. Ich hab ihn erwischt. Dann... Jetzt... Wer blutet? Ich blute. Ich gehe hoch und verbinde mich. Ja, okay, dann verbindet euch. Ich deck die Tür jetzt. Okay. Maaan, ey! Dass alles hochkommt. Das ist doch alles zum Kotzen, ey. Das muss ich jetzt mal... Das muss ich jetzt mal... Das nervt mega. Das muss ich jetzt mal gerade, äh, loswerden. Ich blute. Hä? Nein, ich blute nicht. Also, grad... Das war alles zum Kotzen jetzt, mir Anzaft, also... Okay, ich blute nicht mehr. Ich muss kurz wieder nachladen, weil ich immer nur drei Kugeln... Wie viele Schuss hast du noch, Nina? Wie viele Schuss hast du noch? Ähm, im Moment habe ich noch 23 für die Magnum und... Ja, genau, für die Blaze. 16 für die Blaze. Okay, das reicht noch. Moment, ich muss mal eben meine, äh, den 4 im Team, so. Nein, fertig machen. Ich will jetzt ganz schnell hier weg. Ich will nicht wieder in diesen ganzen Häusern rum. Ja, verständlich. Ich kombiniere mal eben kurz und dann bin ich sofort fertig. Hast du den Timer eingestellt, Sven? Ja, ja. Wir sind jetzt bei 9 Minuten. Okay. Tun! Also, ich finde... Wir haben jetzt damit so viel erlebt, ne? Das war, boah, das war jetzt zu viel für mein Brain. Aber wir haben immer noch keine Spiele getroffen. Deswegen, ich finde, die Zuschauer haben auf jeden Fall noch mal ein Minimum, äh, 2-3 Minuten drauf verdient. Ja, also... Wegen unserer Katastrophen-Folge. Ja, das ist einfach... Ja, das ist die reine Katastrophen-Folge. Ja, dieses Zombie-Gefuggen nervt einfach. Das ist, äh... So, das bin jetzt ich, keine Sorge. Ja. Nina, komm runter, wir rennen hier gleich direkt raus. Ah, jetzt habe ich das fehlziger Mal jetzt. Scheiße, das ist noch weiß. Ja, egal, ist doch gut. Doch gut. Ich habe jetzt das dreißiger... Ich habe jetzt das dreißiger drin. Okay. Nein, nimm das vierziger, das ist doch viel klüger, Mann. Passt doch, Mann, ist in Ordnung. Ich habe so viele Magazine hier, jetzt... Jetzt nicht Streit, bitte. Ja, die Sache ist dir, das vierziger ist. Konzentrieren und laufen. So, mitkommen alle jetzt. Nina hat's gerade gesagt. Konzentrieren auf, äh, komische Performance-Probleme. Scheißen und einfach nur weiter. Raus aus Elektro. Das haben wir jetzt gerade beschlossen. Boah. Ja. Echt? Wollt ihr nicht weiter nach Elektro rein? Nein. Es geht gerade nicht. Es geht einfach nicht. Wir müssen hier raus. Ja, okay, dann... Und jetzt bloß nicht irgendwie, äh, irgendwelche, äh, voreiligen Aktionen starten. Der Server ist voll. Oh, Alter! Schüsse! Oh! Alter ist getroffen, Alter ist getroffen. 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 Oh, fuck. Ich kann nicht, ich... Mein Bildschirm hängt. Ich kann nichts mehr machen. Woah, Schüsse! Woah, Scheiße! Fuck! Fuck, Mosin, Mosin! Woah, alles! Woah, Scheiße, wo kommen die her? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich bin unconscious. Ja, ja, ich weiß, aber ich kann nichts machen. Woah, ich wurde auch getroffen. Scheiße, 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 Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Scheiße, ich kann leider gerade nichts machen, sorry. Woah, Scheiße! Woah! Scheiße! Ich lauf weg, ich lauf weg! Nein, ich bin tot! Ich wurde getroffen, ich bin tot! Scheiße, woher kam das? Fuck! Ich bin tot! Ich lauf weg, Leute, ich lauf weg! Schüsse, Scheiße! Ja, rennen, bitte! Ich werde verfolgt, ich werde verfolgt. Woher kam das? Keine Ahnung, aus den, aus den Häusern irgendwo. Ich weiß es auch nicht. Aber die haben uns dann wahrscheinlich schon die ganze Zeit beobachtet. Nein, haben die nicht. Nein! Haben wir einfach oben in so einem Haus gekriegt. Bestimmt nur gewartet. Bestimmt nur gewartet. Okay, äh, Sven, lebst du noch, oder? Ich bin bewusstlos. Okay, ich bin tot, also... Fuck! Was? Fuck, ey! Ich werde nichts mehr machen, ich konnte nicht mal mehr rennen, weil alles gehangen ist. Oh fuck, und ich habe wieder überlebt, ey, das ist doch kacke, Mann. Ja, ich sterbe eh mal als erstes. Ja, Sven ist ja als erstes getroffen worden. Ja. Ihr hattet so... Aber ich habe einfach irgendwelche... Ich habe irgendwelche Schüsse gehört, und dann sind sie auf einmal auf mich gekommen, und ich weiß, ich habe... Ich bin tot. Ja, toll. Ah, dann... Wir haben dich gerade erledigt, dann. Aber das ist scheiße, weil ich konnte... Ich konnte nichts mehr machen, ich konnte nicht mal mehr rennen. Gar nichts mehr. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Nichts mehr. Ja, da hat einer mit einer Mosin, und einer mit, ähm... Das waren mehrere. Ja, das waren auf jeden Fall mehrere. Alter, das gibt's doch nicht. Ich spawn immer mitten in der Pampa. Hier ist nicht mal mehr. Gar nichts. Ja, ich glaube dann... Scheiße! Oh nein! Wir können jetzt nicht die Folge schon wieder beenden. Bei wie viel sind wir? Die Kacke ist... Ich spawn jetzt in 30 Sekunden. Ich muss jetzt weg erstmal hier. Ja, lauf. Guck, 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 guck. Kommen die hier hinten scheiße, bitte nicht. Siehst du da was? Aber die haben sofort das auf uns geschossen. Sofort. Naja. Sofort. Ich, ich, ich hab nicht mal gesehen. Ich weiß nicht mal, woher die Schüsse kamen. Ich auch nicht. Ich wurde nur getroffen... Aus den Hochhäusern. Aus den Hochhäusern. Also aus den, nicht aus den Hochhäusern. Aus diesen Häusern einfach. Boah, ich hoffe, dass sie mir nicht folgen jetzt. Nein, mich regt's einfach nur auf, weil jetzt läuft's wieder flüssig. Ohne Probleme. Ich bin jetzt gespawnt. Nur ich konnte grad einfach nichts mehr machen. An Gleisen. Ja, ich bin mitten im Wald gespawnt. Das ist gut. Weil ich wahrscheinlich werde die alle in der Nähe von Berenzino spawnen. Und da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Ja. Ich bin am Arsch der Hälfte gespawnt. Ich weiß nicht, ob's Berenzino ist, aber... Ach, scheiße, Alter. Alter. Regt auf. Ich bin jetzt auf einer Straße. Ich geh jetzt zum Meer. Ich bin nach Straße jetzt. Regt schon mal auf, dass ich erschossen wurde, sondern dass ich einfach nicht wegrennen konnte. Ich könnte ausrasten. Dass ich nichts machen konnte, das hat mich aufgeregt. Ich bin ein Chinese. Was? Ja, du hast deinen Charakter nicht geändert. Also meins ist mein Charakter, wie ich ihn eingestellt hab. Ja, du, aber das fände ich. Ne. Ja, ich hab hier ne Stadt vor mir. Oder zumindest sieht so ein bisschen nach Hafen aus. Hafen? Dann ist das wahrscheinlich Solnitschi. Ja, kann gut sein, dass das Solnitschi ist. Das müsstest du ja eigentlich kennen, von der ersten Aufnahme, Sven. Voller Server. Hm. Jaja. Das ist Solnitschi. Verdammt ist das. Ich weiß aber alles eigentlich, wo wir... Okay. Scheiße. Was wir wollten. Zu viel. Mist, ey. Aber wie gesagt, ihr dürft euch nicht an eine Gierze binden. Ich weiß, ich würde mich jetzt auch mega darüber... Nein, 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 nein. Das ist mir auch scheißegal, auch dass ich gestorben bin und so. Mich regt's nur auf, dass ich einfach nichts machen konnte. Ja. Weil mein PC nicht mehr reagiert hat. Ja, ja. Das ist das, was mich aufregt. Ich konnte eh nichts mehr machen, weil ich der Erste war, der bewusstlos war. Ja. 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 Die Sache ist die, die kommen dann raus und schießen nochmal in den Kopf zu sich halt, wenn sie klug sind. Ja. Machen sie normalerweise. Und das waren sie. Aber wie viel die geschossen haben, bis sie... Das ist aber normal. Sven, deswegen meinte ich, 14er-Mokazin rein. Ja. Also ich konnte noch nicht mal das 30er anfangen. Naja, ich weiß. Ja, die haben uns genau in den Rücken geschossen. Die haben irgendwo auch so Häusern oben hier drin gekämmt und... Okay, ich bin jetzt hier an so einem, äh... An so einem Hafen mit Containern und so. Dann ist das... Dann ist das gar nichts außer Wagen. Dann ist das... Oder bist du ein Berenzino? Ne, Berenzino kann das nicht sein. Doch. Das kann überhaupt sehr gut sein. Berenzino ist doch mehr Inland. Ja, aber unten an Lamba Mill dann. Ja, ja, das ist schon ziemlich an mir. Ist das hier Lamba Mill oder Solnitschni? Das ist hier die Frage. Ja, also ich bin gleich in Kamishowu. Und ich glaube, da erwartet mich auf jeden Fall auch jemand. Oh, toll. Warte mal, ich sehe... Zwei Kräne. Ne, drei. 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 Habe ich hier gerade einen Schuss gehört? Ja, wenn du in Berenzino bist auf dem vollen Server, bist du sowieso gleich wieder wahrscheinlich tot. Hier sind gleich zwei Clans drauf. Mit jeweils drei Leuten. Ja, wir sind ja eigentlich auch einer. Ja. Die Sache ist, die haben wir als Überraschungsmoment genutzt. Ja, aber sowas von. Äh... Hier ist einfach gar nichts vor. Das sind, glaube ich, sogar vier Kräne. Das sind vier Kräne. Sven, Sven, du bist wahrscheinlich... Dann bist du in Berenzino. Dann komm sofort vom Hafen weg. Kehr um. Und, äh... Lauf genau in die andere Richtung. Was heißt andere Richtung? Dass das Wasser rechts oder links von mir ist? Das Wasser links von dir. Okay. Okay, dann laufe ich hier hinter den Container ein bisschen her. Und versuch einfach da. Nein, ich muss hier ganz weg. Ist ja der Hafen. Scheiße. Ich bin jetzt gerade kurz vor Kamishowu. Ich bin jetzt gerade kurz vor Kamishowu. Das Krasse, ich wurde nicht ein einziges Mal getroffen. Also du hast quasi noch alles. Ich hab noch alles, ja. Oh Mann, ey. Maaaann. Ich hab mich gerade nicht mehr umgebracht. Ey, wer beendet mich denn jetzt gerade den Skype zu? Alter. Noch mehr. Alter. Boah, ich... Ich glaube, ich beende jetzt mal kurz die Folge. Ähm... Mach das, Sven. Ja, das ist doch... Ich such mir hier... Ich such mir hier einen Platz, äh... Ach, Alter, wer schreibt denn da? Boah, der klingt gleich richtig schnell. Das ist voll die Agro-Folge. Wer gleich... Also ohne Scheiß. Wer gerade hier schreibt, der kriegt gleich richtig Stress. Noch mehr. Alter, es reicht jetzt. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sind jetzt gerade richtig down. Noch mehr. Unfassbar. Okay. Bis dann. Tschüss. Alles klar. Tschüss.